das war schön. Hallo Leute, verdammt! Das hat man gehört, es tut mir leid. Wie wir schon in Together erwähnt haben, habe ich aus eigener Blödheit alle Welten gelöscht. Richtig. Das heißt auch in der LP-Welt. Richtig. Da habe ich seit einem Monat nicht mehr gespielt, aber ich bin immer noch im Hochladen. Halt die Klappe! Mord of Minecraft. Wir fahren jetzt einfach... Haha, no but! Wir erstellen eine neue Welt. Also, ich muss euch noch was erklären. Hier oben gibt ihr den Namen der Welt. Und unten gibt ihr folgendes ein. Also kommt ihr eingeben. Ja, das ist eine geile Welt. Aber wenn man Glacier eingibt, geht man Glacier ein ohne Enter zu drücken. Damit man weiß, wie man schreibt. Das ist eine verdammt arschgeile Welt, die wir in unserem L-Let's Play-Together nehmen. So schreibt man es. Halt es an und schreibt es selbst. Okay, aber wir nehmen jetzt den Nox-Shirt, weil wir... Ja, ich weiß, weil wir schon das andere nehmen und... Nox. Nox. Great New World. Let's go. Genau. Building Terrain. Rapid. Au, er schreckt mich. Ich schlage gleich zurück, Leute. Ne, dann bin ich tot am Boden. Ja. 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 Hoffentlich habe ich es richtig angegeben. Hast du eigentlich noch die Karte? Welche Karte? Ja, die hast du noch. Ist doch cool. Das ist die richtige Welt. Oh, null FPS. Yay. Dann habe ich es falsch eingegeben, weil... Da sind nicht du. Da spawnen Monster. Echt? Ich werde dich jetzt gleich mal umbringen. Nein. Wie viel ist ein Fleck auf meinem Monitor, den ihr nicht seht, und der... setzt hier einiges. Welche denn? Oh, sehr Fleck. Siehst du? Weißt du? Ja. Das ist doch eine Hölle oder so. Ich brauche... Lauf, 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 lauf! Wo die Holz? Ich hätte sagen, bis auf uns jetzt mal ein paar Schafe. Wieso Schafe? Ach so, ja. Klar. Ich meine, ich würde dir noch nicht mehr überpennen. Das tue ich auch mal. Nein, 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 nein. Nicht jedes Mal sonst. Ja, aber am Anfang einfach. Oh. Schaut aus. Am Anfang würde ich es auf jeden Fall immer tun. Also, ich baue mir jetzt mal eine Spitzhafel. Richtig? Und eine Schafe. Vielleicht. Nein, eine Schafe mache ich auf Stein. Klar. Ich lasse Sachen aus Holz. Oh mein Gott. Dungeon. Nicht schon wieder. Ich habe genug von Dungeon. Oh, ja, genug davon, dass ich Dungeons finde. Richtig. Ach guck mal, er hat einen Skin. Ja, ich habe einen Skin. Einen geilen Skin. Ich bin Schweizer Creeper. Der scheitere Ahnung hat. Ich würde bei dir auch mal einen Schweizer Kreuz drauf machen, oder so. Ich schweizer Nahrung Süd. Mhm. Warum nicht? Wieso ist das Nomad? No, sowas ähnliches. Aber ich glaube, ich hole mir bald einen neuen Skin. Der wird irgendwie langweilig. Richtig. Wo holst du dir einen Stein? Hier. Achso, hier. Stein, Stein, Stein. Oh. Guck mal, Kohle. Ich finde ja immer was. Also, ich würde das mit Steinen abbauen, sonst geht das ewig. Ja, ich hole jetzt ein bisschen Stein. Dann machen wir eine Steinsspitzhacke, Steinachs, Steinschaufel. Und dann geht das auch auf Block. Steinschwert. Steinschwert wäre auch was. Oh. 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 Verdammt. Oh. Da hab ich jetzt erschreckt. Weg hier, weg hier, weg hier. Was ist denn das für ein Assischwein? Nein, ein Assischkelett. Oh Gott, ich hab mich jetzt so erschrocken. Ich nicht. Ich hab ihn nicht mal gehört. Normalerweise hören wir noch die Viecher. Also, ich hab was gehört. Ja, ich hab das Schießen gehört. Also, das Steißen gehört. Yay. Ich würde da nicht runtergehen. Ich bin nur da ein Stein. Richtig. So, jetzt reicht's. Es reicht. Ein für alle Mal. Reicht das jetzt? Ja. To geta werden, tschüss. To geta werden, tschüss. To geta, tschüss. To geta, tschüss. Was machst du überhaupt in meinem To geta? What the? Fahrhack. Ich gehe den Typen jetzt töten. Aber ich würde Adeln zockst hier ab. Verstammt in der Kiste. Ich hab auch kein Holz in der Kiste. Ich hab auch kein Holz in der Kiste. Oh. Burn. Das wird wohl nicht mehr nötig sein. Ich nicht. Burn. Mein Gott. Das nervt mich, du Mub. Ich baue mir noch n, fick dich. Ja, du kannst auch auf das und zeichn's machen. Ich weiß, ich baue mir noch n zweites Schwert. Warum? Schwerte kann man nie genug haben. Schwert kann man nie genug haben. Was? Ah, will ich noch n zweites? Hä? Ah, jetzt? Das hab ich auch noch zu brennen. Ja, es war ein zweites Schwert. Schatten ich brauche noch mehr Steine dann holst du dir das war doch noch eines Dein Nächster Monster Spawner Mann Watt beschreibt mich doch nicht so fuhr ganz laut äh das hört man als Mikrofon bei einem Garten das ist gar nicht so schlimm weil herausgeboten Wieso das? Wieso ist das? das ist nicht so schlimm im Mikrofon ja man hört es eigentlich nicht anders echt? man hört es eigentlich im Vergleich vielleicht ein bisschen lauter ja ok sieht man das im Video? äh ne ich glaube nicht und sonst ist auch egal sonst wird es einfach gut ja war klar es ist mir so ein Bock ich würde dir mal ein paar Wacken machen ja das willst du nicht mal diese scheiß Spitzakellos werden? doch lebt sie doch weg vergrab sie stimmt genau ich vergrab das Scheißteile 3 nach unten nimmst 3 nach unten nein so geht es auch ah ja stimmt 2 reichen so gut Scheißteile Knochenmehl kann man immer gebrauchen Pfeile kann man nie gebrauchen Axt 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 kann man immer noch gebrauchen ne also ich würde die jetzt anraten noch schnell ein paar Packungen zu machen ja das ist doch verdammt und dann würde ich noch die anraten Kohle herzustellen noch ein bisschen ne da hinten drin ist doch immer ja ja schon aber da hinten drin ist ein Monster Alter verschreckt mich nicht so ich habe dir gesagt dann ist noch ein Monster du Arsch ja 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 das trifft dich nicht ne das trifft dich nicht jawoll das ist da und ich würde kurz die Höhle ein bisschen auslassen oh das Ding ist gerade neu gespawnt richtig das sind zwei was zwei das sind mindestens zwei nein raus hier fuck lauf 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 das ist mindestens zwei fuck ey so geht das nicht Jungs Achtung was auch ja ich habe die Sachen mindestens zwei Hä die fließen sich gegenseitig ab ist das gut die Behinder das sind drei oder nicht nein das ist zwei nein du oh oh nein guck mal so Scheiße raus hier raus hier raus hier Scheiße äh müsse ich mal kurz Picks voran stellen zum Heilen ja ich mach das dann wenig schnell die Höhle ausleuchten Scheiße das sind doch für Psychopathen Leute aber wie kann es sein dass so viele von den Büchern befremd sind das ist doch auch möglich das ist doch auch möglich ja schon aber das ist doch Skelette nur die ganze Zeit das kann doch nicht sein doch doch das kann schon sein guck mal Janis und mein du hast ihn doch jetzt Oder hast du ihn nicht? Doch. Oh Gott. Ah, du bist wieder da. Mein Gott. Achso, die Welt ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Kann ich schon sagen. Die muss ich mir vielleicht auch mal erstellen. Ich würde ja gerne, ich frage Dave heute noch folgendes. Es gibt so ein Plugin, wo man zwei Welten absetzen kann und dann mit einem Portal von einer Welt zur anderen reißen kann. Echt? Ja, das hätte ziemlich Stil. Dann kann ich eine Welt zum Beispiel zum Expo, also Absprengung und so freigeben. Eine Welt für LP und so. Weißt du, dann verstecke ich das Portal so, dass keiner draufkommt. Doch wir wissen, wo es ist. Genau. Moho. Weil wir so asozial sind. Es gibt keine asoziale Leute auf dieser Welt, wie ist das? Mein Gott. Ich habe das noch nicht vergessen, Hero. Du vergisst doch nie was. Ich vergesse nie etwas. Nur deinen Namen. Und deine Mutter. Wie heiße ich? Und deine Mutter. Ist das ein mieser Text-Repack? Ja. Ja, okay. Ohne das geht damit irgendwie gar nichts. Das muss ich einfach sagen. Ich habe mein GLP-Sans. Aber Leute, ohne das Meta-Tector-Pack geht das einfach nicht. Es geht nichts. Wahrscheinlich werde ich es mir auch wieder aufsetzen. Ja, ist halt das Bett ein bisschen verbrannt. Ja, ich möchte mal sehen, wie es bei dir aussieht. Siehst du da auch einen Screenshot? Ah ja, stimmt. Soll ich mir da kurz einblenden? Ne. Also bei GLP sieht es gerade aus. Echt? Sieht man da das Bett? Ja, das sieht man richtig. Also ne, also im Inventar schon nicht, aber sonst sieht es so geil aus. Achso, aber die wirklich wie ein Bett? Ja, die geht, äh, wirklich wie ein Bett. Bei mir ist es so ein violetter Block. Ne, bei mir nicht, weil hier, äh, also... Das ist ne Decke und ne Matratz und alles. Ich glaube schon, GRP hat ziemlich einen Griff mit dem Section-Packs. Muss ich zugeben. Doch, der glaub ich auch nicht selber. Doch, doch, er macht es selber. Er nimmt die, äh, Sachen von den Deck-Packs und den besten Section-Packs und fängt sie zusammen. Ja, aber selbst erstellen könnte er nicht. Ne. Das ist ja zu blöd. Ey, ich mag ihn. Ey, ich mag ihn. Ich auch. Dann sei nicht so gemein. Wenn du ihn magst, will ich das auch. Man, ich dachte schon, wenn du ihn magst, dann kann ich das auch. Was du kannst, kann ich schon lange. Ja, das ist so. Was du kannst, kann ich schon lange. Ja, das mal, DVD-VOC, dann kann ich heute haben Spaß haben. Ich nehme dir ein Heavy, du nimmst 200 und MS1. Nein, nicht mit T29, klar. Ja, und ich komme mit. Ja, dann sowieso kann ich schon. Wollen wir das machen, mal? Ein bisschen, um uns zu verarschen? Könnten wir machen. Ich mache verarschen. Richtig. Oh, ich habe das vergessen. Oh, bist du behindert. Ach, bist du behindert? Nein, ich will nur ein bisschen Spaß haben. Du bist doch so... Du bist doch so behindert. Richtig, du hast zwar verkackt, Alter. Also, ich mache hier jetzt mal eine Mauer. Dann kommen die von hinten nicht. Ja, und dann würde ich dir noch ein Kram anraten. Ja, ich weiß noch... Okay, ich würde sowieso ein Haus aus dem Bauern, dann kannst du die Nacht überdauern. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Haus baue. Ich würde dich hier in der Nähe, also... Du kannst ja mehrere Häuser bauen, sozusagen. Ja, sicher in der Nähe vom Spawnpunkt. Ja, das ist sowieso klar. Am Spawnpunkt muss sowieso ein Haus stehen. Also, ich wäre ja dafür, dass wir heute auf meinem Service sowieso noch etwas klein Spawner einfach so herzunehmen. Ja, ein kleines Spawnhaus. Achso, klein. Vielleicht nicht ganz so klein. Vielleicht gibt dir die PDF auch noch ein bisschen. Kommt, der ist ja schon, was war schon mal auf deinem Server. Ja, echt? Achtung, Spinne. Ich höre eine Spinne. Wo ist die Spinne? Die ist wahrscheinlich irgendwo unter dir oder so. Und sie ist nicht böse. Ne, sie ist echt nicht böse. Oh, Arsch! Ich habe doch... Ich habe sie jetzt gedrückt gehalten. Was ist denn das für ein Scheiß? Da bin ich lieber nicht rein. Richtig? Oh. Ich hasse die Geräusche von Minecraft. Weil sie rechts, 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 rechts. Schau. Wo schaffst du denn ein Schwein? Echt? Oh, ich habe zu viel gesoffen. Oh, schau. Ich habe zu viel gesoffen. Und weh hier. Ich habe zu viel gesoffen, glaube ich. Ja, das kennen wir von dir. Oh, scheiße, das ist mir nach oben. Nein, das sind nur zwei, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich wäre dafür, dass du das mal nachmachst. Also auf Peaceful Games. Nein, ich spiele nicht auf Peaceful Games. Das wäre belangweilig. Ja, okay. Ich nehme das mal die Crafting Box mit. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Dann brauche ich mir ein bisschen Holt. Ich war schon ruhig, wenn ich weiß, was ich brauche. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Äh, das ist doch nicht mein Mann. Nein, das ist nur ein witzig kleines Loch. Achso. Sie kommen raus, aber ich muss das auch noch mal leuchten. Ich kann nur Creeper. Ich habe jetzt die Rock'n's Tree gelöscht, weil die mich aufregend. Das ist ja gut. Richtig. Kommen Sie in deinem Server, das hast du nicht mehr vor? Doch, doch. Dein Server schaut uns ja nicht vollkommen. Sonst hätte ich mich getötet. Und ja, ich kann das. Nein. Ich kann alles. Achso, Kuh! Oh, das schreckt mich doch nicht so. Nein, ich wohne jetzt hier. Echt? Warum das denn? Ja, ich habe hinten und vorne eine Mauer. Vorne hast du aber keine Mauer. Jetzt schon. Das war für mich deine Mauer. Der kam von rechts. Oh mein Gott. Da hast du vergessen, auszuleuchten. Oh, guck mal, noch einer. Peaceful, du hast sie keine Vakon mehr, du hast verloren. Aber ich habe noch Kohle. Er stimmt doch wieder. Weg mit dem, weg mit dem! Fuck! Die Sau! Ja, das sieht sauer aus, wir, wir, wir. Leider nicht. Leider sind es die Monster. Nur, wir wackeln? 16. Ich habe hier nichts mehr. Hast du noch Holz für Kisten? Hättig. Aber ich mache jetzt. Ich würde sie machen. Mach das mal hierzu. Mann, das sind alles gar keine Höhen. Das sind nur Ausgänge. Stimmt auch wieder. Oh, fuck! Creeper, der kommt nicht noch rüber, der... Kommt hier rüber. Richtig. Scheiße, der bümmt sich nicht weg, der bümmt sich nicht weg. Ja, 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 der machte fertig. Jawoll! Papa, Junge. Gut gemacht, Fido. Klappe zu. Richtig. Gut gemacht, Fido. Klappe. Aber was ist denn in der Nacht? Das ist jetzt ziemlich langweilig dann. Ne, dann kraftig. Ja, was denn? Alles möglich. Du hast überhaupt keine Gegenstände. Oh mein Gott. Ist überall offen, verdammt. Was geht denn hier ab? Ähm, alles, was nicht angebunden ist. Ja, das stimmt. Äh! Wieso stimmt das? Was ich sage, stimmt immer. Das ist ja gar nicht wahr. Warum nicht? Ein Tipp von mir, lege ich hier mal einen Wegpunkt an. Oh nein, ich... Zuerst lege ich fast nicht. Weißt du, Wegpunkte bringen doch etwas. Ja, man sieht die Koordinaten. Du findest es wieder wegen den Koordinaten. Koordinaten. Das heißt Koordinaten. Ich kann das Wort nicht sagen, weil ich so doof bin. Ja, du bist hier alles so doof. Wieso kommt die Cobblestone hin? Hast du das hinkommen? Das ist die Mauer. Achso. Achso. Also ich würde sagen, hier danach könntest du hier einfach ein bisschen Stein abbauen. Ja, das könnte ich. Und ein bisschen schön wundlich machen. Ja, ich mach es mir ein bisschen koordinatisch. Gott. Ich würde das später... Also als Schotter? Ja. Ich muss dir das zeigen. Ich auch. Oh nein, ich weiß es nicht mehr. Mit Fackeln kannst du machen, abbauen. Ach hier? Schlimm, das könnte ich ja mal zeigen. Und dann würde es viel schneiden und es würde gar nichts kosten. Also, es ist...